Zehn Burpees for Freedom. Vielen Dank, Carlo G-Style, dass du mich nominiert hast. Wir wollen damit armen oder unterdrückten Menschen eine Stimme geben, darauf aufmerksam machen. Und deshalb machen wir jetzt zehn Burpees und danach nominiere ich zwei weitere. Gut, ich möchte zwei meiner Meinung nach der besten Phyletics-Athlete nominieren. Das ist zum einen Fabian Müller und Michael Fettwäsch. Macht mit, für eine gute Sache, euer Christian. Vielen Dank.